Wir sind PicoPlant. PicoPlant ist ein Unternehmen im Bereich der pflanzlichen Biotechnologie und auf den Punkt gesagt, wir produzieren 6 Millionen Pflanzen im Jahr. Das innerhalb kürzester Zeit. Die Technologie beruht darauf, dass man Pflanzen im Reagenzglas vermehren kann, unabhängig von Naturgegebenheiten und Jahreszeiten, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Von der Ausbildung her bin ich Diplombiologin, habe dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität gearbeitet, fünf Jahre, und hatte dann die Chance, innerhalb dieser Assistentenzeit wie eine Art Spin-off die Firma auszugründen. Und heute produzieren wir eben 6 Millionen Pflanzen, wir sind 70 Mitarbeiter, Firmenareal von 15 Hektar und ungefähr 80 Prozent Export. Und wir sind Weltmarktführer in der Produktion von Flieder mit über 300 verschiedenen Sorten und das in sehr großer Stiftzahl. Ein anderes, sehr wichtiges Standbein ist die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen, also Pflanzen, die irgendwann in die energetische Nutzung gehen, sei es Biogas, sei es Direktverbrennung, Energie vom Acker. Ich freue mich jeden Tag über PicoPlant, weil ich sehr nette Mitarbeiter habe. Es ist eine Freude, hier selber seinen Tag zu verbringen. Ja, und ich bin eben sehr bodenverbunden. Das hier ist mein Zuhause, mein Leben. Das hier ist mein Zuhause, mein Zielonerner Baum. Vielen Dank.